Mein Name ist Karl Schmiedröhr, Geschäftsführer der Gesellschaft der Scheifle Schmiedröhr KG. Die Scheifle Schmiedröhr KG ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation. Wir sind bereits seit über 180 Jahren am Markt. Unser tägliches Geschäft ist der Holzgroßhandel. Wir haben noch eine angeschlossene Produktion mit dabei. Und unsere Kunden sind zum Großteil Zimmerei- und Holzbaubetriebe. Mit dem Zerkleinerer der Firma Unter zerkleinern wir das Restholz von unserer Abbundanlage. Zum großen Teil sind das Fichtenholz, also Brettschichtholz, KVH, Duo-Balken und natürlich die anderen restlichen Hölzer, die bei uns im Betrieb täglich anfallen. Das Material, das wir in den Unterzerkleinerer geben, ist eigentlich sehr, sehr gemischt. Von dem Span, der anfällt, bis große Holzstücke, Restholzstücke, Abmessung circa 24 cm in der Breite, ungefähr 60 cm sogar in der Höhe bis 1 m Länge. Das alles kommt gemischt und sortiert in den Unterzerkleinerer. Grundsätzlich an der Maschine hat mir gefallen, dass sie von der Bauart her sehr massiv ist. Und das bedeutet dann auch schlussendlich für uns, dass es ein nachhaltiges Produkt ist. Für uns wichtig war, dass der störungsfreie Betrieb dauerhaft gewährleistet ist, also keine Verstopfungen nicht, dass der Mitarbeiter sich darauf verlassen kann. Das war für uns ganz wichtig. Also wir wollen sehr, sehr autark sein. Das ist unser ganz wichtiger Punkt, wenn speziell bei dem Neubau. Diese Standorts, wo wir den Unterzerkleinerer einsetzen, das heißt praktisch, wir heizen ausschließlich mit dem Restholz aus dem Unterzerkleinerer. Ich würde die Firma Unter auf jeden Fall weiterempfehlen, weil mir die Kompetenz absolut gut gefallen hat. Die Erfahrung, die die Firma Unter hat in der Betreuung der österreichischen Holzindustrie, das war für uns eigentlich eine hohe Priorität in der Entscheidung. Von dem her würde ich auf alle Fälle sagen, ja, würde ich weiterempfehlen. Von dem her würde ich auf jeden Fall kommen.